Lothar Weg 209 In 500 Metern links abwegen In 300 Metern am Ende der Straße links abwegen in die Dorfstraße, dann haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht. Jetzt links abwegen, dann haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht. Lass mal geradeaus. Einmal gleich. Ja, schön. Jetzt wurde wir fahren hier hinten. Kleiner Moment. Komisch. Da geht doch weiter. Da haben wir auch mal die Jacke erst mal ausgezogen. Da haben wir hier drin. Kleinen Dorfteich. Jetzt scharf rechts abwegen. Ja, da haben wir das ganze Dorf so langsam. Ja, wie? Dorfstraße. Und da reingeht er. Ja. Ja. Sie haben Ihr Zwischenziel erreicht. Ja. 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 abbiegen fahrt es wieder komplett hin die drempel, die mache ich ja nicht In 300 Metern nur am Ende der Schmaus rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Ah, siehst du. Was war das denn?